Das kann doch gar sein, Alter! Oh mann, Alter! Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crip Äh, bist du bereit, äh, extremst hässliche Votos von dir zu sehen? Let's go! Okay. Wann ist, warum ist denn dieser gelber Sack hinter dir, Alter? Ich weiß auch gar nicht, wer das Voto gemacht hat. Extremst hässliche Geburt. Digga! Oh mein... Ja, Digga, weil ich hab Fotos bekommen, die kennst du selber nicht mal! Oh mein Gott! Digga, Alter, war das ernst gemein mit dieser Frise? Ich will mal das wissen, Alter! Leute! Bewertung! Äh, gut ist eins, äh, scheiß ist zwei! Was sagt ihr? Das ist real Top-Schnitt! Ganz ehrlich, zwei! Guck mal, hier! Das ist ein altes Foto, meine Fresse! Da haben wir schon YouTube gemacht, sonst hätten wir nicht wollen... Ja, und das ist so pinke Haare, Alter! Du warst ganz ehrlich der erste fucking Influencer, der seine Haare echt immer so bunt gemacht hat! Auch diese hässliche Fratze schon wieder, ne? Ich glaub's nicht! Ja, guck dir doch mal deine an, Alter! Ja, ja, meine ich doch! Ich meine meine Fratze! Deine Fratze ist... Du bist so oft cute, so... Hey, guck mich an, ich bin cute! Oh! Da bist du nicht drauf! Yo! Alter! Ey, Kim sieht immer noch aus wie Kim, nur jetzt hat er halt nicht mehr so viele Haare! Ja, Kim hat halt keine Haare mehr! Guck mal, gönn dir mal meine extrem nice Kette hier mit diesem Ring! Hab ich geschenkt bekommen damals, von einer ganz gewissen Thailänderin! Ich war da wieder drunk, ja? Ich seh schon hier die Sträume hier vorne, Alter! Von irgendeinem Koppeller! Ja, ja, ja! Kokotorotel! Diese Frisuren immer, ey! Boah, da seh ich richtig ekelhaft aus, Alter! Boah, richtig cheat day! Boah, wie dünn meine Unterarme auch sind! Boah, die sind ja... Die sind ja genauso dünn immer noch! Hahaha! Das macht gar keinen Mund hin! Boah, hab ich so dünne Unterarme! Waiterflex! Aber gönnt euch diesen Oberarm und den Unterarm! Passt gar nicht zusammen! Boah, da sind wir auch wieder drunk! Ich hab auch nur drunke Fotos! Wir machen auch nur Fotos, wenn wir drunk sind! Aber, liebe Freunde, das sind so... Ich hab ja letztens erzählt, ich hab so eine Handvoll Freunde so... Ähm, ja, dennoch, ne? Auch ein Thomas gehört zu einem so... Der gehört auch zu meinem sehr engen Freundeskreis! Aber halt auch Max Kim, die mich mein Leben lang schon begleiten, so, ne? Digga! Oh, Mann! Alter, nein! Hahaha! So kennen wir dich, Alter! Ich weiß nicht, ob das bei einem Dreh war oder so, aber... So, Dreh zurück! Das sieht so aus wie Dreh, fertig, wir fahren zurück! John, John, ey! Hast du noch Bock irgendwie essen? Okay, John pennt! Oh, okay! Hier gibt es eine funny Story! Ihr wisst ja, ne? Wir sind die Gourmet-Könige! Also, wir sind, äh, quasi einen Rang aufgestiegen von Bürgerkönigin Gourmet-Könige, weil wir irgendwann gesagt haben, hey, diese ganze Burger King-Sache ist wack! Was, wenn wir mal vegetarisch essen wollen oder sonst was? Sagen wir, wir wollen ein Level upsteppen, ne? Sind wir zu Gourmet-König geworden! Und die Gourmet-Könige, die speisen einmal im Jahr in Holland! Ja, machen halt Sachen! Faxen! So, ne? Mieten uns dann so Airbnb! Das machen wir also einmal im Jahr! Ähm, auch manchmal anlässlich von irgendeinem Geburtstag! Und da sind wir Max, Kim, John und ich und haben uns da Airbnb gemietet! Und, ja, wollten einfach die ganze Nacht einfach durchsaufen! Und, ähm, ja, was macht John? Er pennt natürlich! Wir haben uns halt extrem viele Spiele gekauft! Wie den Wobble-Wobble, wie hieß der nochmal? Wobbly-Worm! Wobbly-Worm! Kennt wer den Wobbly-Worm? Ja, John war am Pen und wir haben die ganze Zeit so ganz leise gespielt über ihn und haben dann noch andere Spiele gespielt, haben dann immer so gesagt, hey, der Verlierer muss immer so ein bisschen an der Decke ziehen von John, dass wir den aber nicht wecken, weil wenn Werner ihn geweckt hat, dann hat man verloren! Ui! Ganz altes Foto! Ganz alter TubeBahn-Studio! Da haben wir die Hälfte aller Videos gedreht! Egal, John hier direkt die Kippe am Symbolisieren! Über den habe ich auch schon mal gesprochen! Der hat mit einem Nagel-Studio, der immer so der Reiche unter uns war! Aber Vince, ey, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob das ein Mädchen ist oder ein Junge! Oder eine Zielscheibe für Fäuste! Vince schaut extrem jung aus! Er hat da noch nicht so kranke Augenringe gehabt! Hat er noch keine Kinder gehabt, ne? Nee, ich glaube da noch nicht! Mit dem ersten Kind ist Vince um 50 Jahre gealtert! Ja, ui! Nur 100! Oh Gott, Alter! Ey, warum sind denn nur solche Fotos schon hier drin? Ey, die anderen Fotos zeige ich jetzt gar nicht! Wie ich gerade noch ein Foto bin, Alter! Die anderen Fotos zeige ich jetzt gar nicht, weil die sind zu nackt für Twitch! Ey, die ganzen Videos... Das Foto habe ich ja sogar noch von... Ne, ich habe noch ein anderes Foto auf YouTube... ...eine peinlichen Fotos, Videos auf YouTube gesehen... ...aber die Videos habe ich gerade gesehen, sind alle ab 18 geschaltet! Damn, Alter! Du warst immer wasted on a pen! Du warst immer wasted on a pen! Alter! Das ist wie dieses eine Bild, wo... Das Fossil! Nicht das Fossil! Dieses eine Bild, wo den Finger zu Gott zeigt! Digga, meine Haare, Alter! Katastrophal, ey! Katastrophe! Ich frage, sind die gemacht oder sind die so aufgewacht gerade? Ne, die sind schon wirklich ganz versiert so angerichtet, dass sie so aussehen, wie sie aussehen! Mann, Alter! Alter! Und wie so ein Bananer um die Herren! Ja, ich habe diesen Bananer mal angezogen, weil ich dachte, das ist damals halt mega nice! Der Topfsschnitt bei Kim... Ja, ist so ein Helm, ne? Ist so ein Magneto-Helm! Alter! Ich habe schon letztens gesagt, wir haben uns immer gefragt, warum wir immer verprügelt wurden draußen! Ja! Darauf würde ich auch reingegangen! Das tut weh! Okay, jetzt kommt ein cooles Foto! Das ist ein cooles Foto! Das ist auch ein cooles Foto! Was habe ich da? Ne! Ein Bandaner, Digga! Ey, wir hatten damals extrem oft diese sweeten Pullis immer angehabt! Ey, den Pulli habe ich nicht mehr, aber den fand ich damals so cool! Ja! Oh, Digga! Das war unsere Guitar Hero-Zeit! Unsere Guitar Hero-Zeit! Und Leute! Keiner! Keiner hat mich schlagen können! Ich schwöre! Wie lang ist das Bild her? Ja, das ist einfach die fucking gelbe Tüte immer noch! Das kann doch nicht wahr sein, Alter! 500 Jahre ist diese gelbe Tüte da! Stimmt! Die habe ich gar nicht gesehen! Achso, aber okay, das ist der selbe Tag gewesen! Ich habe mir nur die Kamera noch geschnappt gehabt! Alter! Ich hatte immer diese Brille ohne Stärke! Diese Drecksbrille, wo keine Stärke drauf ist! Nein, Alter! Digga, du warst immer schon ein Meme! Auch vor damals YouTube-Zeit! Alter! Oh Mann, Alter! Oh mein Gott! Wenn man jetzt in den Stream reinkommt, kriegt man immer so eine Panik-Attacke halt! Du kannst Gesichter machen, die kann kein Mensch machen! Ich glaube auch, dass das so, das ist etwas, womit du, glaube ich, arbeiten solltest! Also, geschäftlich! Ich weiß nicht, wie... Du machst einen Schneider! Ich weiß nicht, was es ist! Ja, ich glaube auch! Ich glaube auch, er zeigt absichtlich nur Bilder von mir, wo er irgendein Scheiße über mich erzählen kann! Aber seine, die Schlimmen von sich, die hat er rausgenommen! Nein, gar nicht, ey! Gar nicht, gar nicht, gar nicht! Da kommt noch was, kommt noch was! Ich hab halt solche Fressen nicht gezogen! Ich kann das ja auch gar nicht! Ich bin nicht so talentiert, John! Das ist mein Vater, by the way! Wollte ich einfach noch reintun, weil das mein Vater ist! Guck mal, wie ich aussehe! Warte mal, warte mal! Boah, Alter! Dieses Bild von dir da unten! Das ist... Das kann man ein Meme machen! Da kann man so eine Kipperei machen! Das ist ein richtiges Meme-Bild, wenn man da noch so einen richtigen Text findet, so! Ja, stimmt eigentlich! Da kann so ein Mafioso-Boss sein! In Mini! Das ist mein Gehirn nicht! Mein Vater, Alter! Einfach Sex-Biest! Ja, hier, da haben wir gebrakt, weil wir irgendwie unsere Halle verloren hatten oder sowas! Dann wurden wir da rausgeschmissen! Da bist du, da bist du! Das ist du, Alter! Loll, ey! Ich hab hier einfach gebrakt! So ein mega Wind-Flex! Ne, wir brauchen da irgendeine Halle, wo wir trainieren können! Alle gucken zu, wir haben da gebrakt! Irgendwann wollen wir rausziehen! Aber das war so real B-Boy-Zeit! Wir gehen einfach dahin, wo wir Platz finden und wir breaken da einfach und trainieren da einfach! Das klingt ja auch voll, Alter! What the fuck?! Ganz, ganz komische Situation, Freunde! Das ist richtig, äh, so... Ich kann das nicht erklären! Ich kann das nicht erklären! Ich kann das nicht erklären! Wir haben einige Dinge ausprobiert in unserem Leben! Der Max kann! Mhhh! Mhhh! Der Rieder schreibt einfach, so entstand Ju! Jooo! Mhhh! 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 Das Foto, da kann man echt was machen! Boah, da war John enorm dünn! Ey, wir hatten so einen bunten Style damals! Boah, krass, ne? Ja, damals! So Domokunden-Handytasche! Dann so ein Bär hier, Alter! Sieht aus wie Fnaf-Bär in Cute! Du mit dieser Weste! Hier nochmal so ein Domokon! Was ist das für ein Cringe? Wir waren draußen, haben Fotos gemacht! So 3D-Brillen! Obwohl, ist das ganz ehrlich? Das könnte... Könnte so... Eigentlich sieht es cool aus! Eigentlich sieht es cool aus, wa? Ich schwör, das könnte so Cover sein für so ein Adventure! So die Goonies, weißt du? Und das ist er wieder! Der unser John, Freunde! Aber das Foto kennt man von Instagram, ne? Das ist richtig so... Beatles-Foto nur drunk! Das Beatles-Foto nur drunk, ja! Das war der Tag, wo Adi auch dabei war! Ist das so? Ja, wo wir gejerkt haben im Club! Wir haben so krass gejerkt und alle so... Alle Ladies so... Wow! Wie cool sind diese Boys da hinten? Die jerken einfach! Und nein, das haben die nicht gedacht! Ich würde sagen, wir haben zu jerken, wenn man sich einen runter holt... Das ist so... Nicht jerkoffen! Jerken! Guck mal, bei mir ist ja gerade auch jemand so... Ich dachte mir auch gerade, what the fuck! Wir wussten halt nicht, was das ist! Jörk der Chit! Diiiiiiiiger! Wo hast du das Foto? Ja, ich hab das gefunden, Digger! Du weißt nicht, woher ich das habe! Das ist John fucking Kim! Das ist die... Habala! Das ist der Wabu, den ihr kennengelernt habt, Leute! Alter Schwede! What the fuck! Digger! Alter! Wie dünn! Was du magst! Da war ich... Ich glaube, da war ich so 13, 14, 15... Irgendwie so um den Dreh, Alter! Digger, ey! Ich sag ja, ich war früher Türke! Ja, warst du, ey! Du warst richtig Türke! Boah, ey! So, das war das letzte Foto! Okay! Das war das letzte Foto! Ganz ehrlich mal! Das waren nur schlimme Fotos von mir dabei! Richtig schlimm! Wo man sagen kann so, holy shit! Was war es für ein Mongo! Das war meine Fotos! Bei dir... Ey, ich war auch so ein heftiger Doof! Ey, ganz ehrlich, was bei dir... Was mir bei dir übrig geblieben ist... So richtig... Ist diese fucking gelbe Mülltüte! Die einfach 5 Jahre da stand! Das ist... Ey! Ja, kannst du nichts sagen! Das ist auch der größte Doof einfach, oder? Aber guck mal! Mach mal ein Bild weiter! Ganz ehrlich! Ist das Bild schlimmer? Oder eins... Oder ist das... Fuck, Alter! Was ist das? Hä? Ganz ehrlich, das ist trotzdem so ein bisschen... Ja, oh! Ich hab viel... Viel K-Drama gesehen! Aber das hier... Bei der Geburt fallen gelassen worden, ey! Bei der dritte Blohk Untertitelung des ZDF für funk, 2017